Motherfucker, Bitzes, Alter, soll ich nicht ficken an mir? Oh mein Gott. Kalito. Hey, Bro. Steck ein. Steck bei mir, ich hab nen Kalender, Bro. Weißt du, wie viele Frauen hier schon eingestiegen sind? Puh! Ehrlich? In diesem Wagen? Ja komm, ich zeig euch schon mal zwei. Wie geht's euch, Bro? Nicht so gut, Hermes. Ich kann mich dran erinnern, wir haben vorhin eine Penis-Operation mit dem Ray durchgestartet. Ja. Komischerweise sind wir jetzt auch beide im Krankenhaus aufgestanden. Wir beide? Ja. Aber mein Penis ist noch dran, Homie. Meiner auch. Schönen guten Tag die Damen, das sind zwei Single Boys, die suchen weibliche Begleitung für heute Abend. Hätten sie vielleicht Zeit und Lust. Die haben ein Privatjet, der heißt Luxor, der ist vergoldet, ob sie eine Runde mit denen fliegen möchten. Ah, ist das so. Ich geh erstmal alle Anrufe durch, die ich hier habe, warte mal kurz. Ich hab so viele Anrufe bekommen, Homie. Ah, ok. Das ist sowas wie der äh... Das ist ganz wichtig, sagst du, ne? Justin Bieber von The Sand, der, der auf jeden Fall. Ne, ne, das nicht. Das, das nicht, Mann. Ali, du fick mich nicht. Äh, wie, 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 wie? Wie, 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 wie? Wie, 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 wie Das ist mein Auto! Ja, der nächste Kopfschuss. Ich habe richtig Kopfschmerzen. Ja? Ja, wie heißt du denn, Justin Bieber? Oder Medic. Hey, 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 hallo. Was fährst du einfach meine Freundin an? Hallo. Hey, beruhig dich, hallo. Sorry, ne, ich hab dir gerade den Finger in den Arsch gesteckt. Ja, du kannst doch erst mal fragen, ob ich überhaupt von dir umarmt werden möchte. Okay. Tut mir leid, mein Name ist... Ich weiß nicht mal, wie du heißt. Mein Name ist Big Saucer. Was ist das für ein Name? Wie ist das für ein Name? Das ist mein Name! Das ist mein alberner Name! Ach so, du bist nicht Bobo, ja. Du bist Saucer, ja? Ich bin Saucer, ja. Das ist nicht Bobo? Was für Bo? Ja, ich auch. Ja, ich weiß nicht, der eine hat über irgendein Bobo geredet, meinte, das ist ein ganz großer. Und der würde irgendwie den ganzen Laden schmeißen oder so. Aber entscheidend bist du das nicht, alles gut. Ich bin Big Saucer, kein Bobo. Aber ich kenn noch keinen Bobo. Was machst du so, Big Big Saucer? Ich bin so Immobilienmakler und Autohändler und so. Mein eigenes Business. Also wenn ihr Autos oder so Immobilien braucht, dann könnt ihr euch bei mir melden. Ja, also ich bräuchte ein Auto tatsächlich. Warte, ich geb immer meine Nummer. Aber ich hab kein Geld. Hast du ein Handy? Ein Handy hab ich, ja. Wieso, kaufst du deine Sachen aber mit Mediklamotten oder wie machst du das? Nein, aber ich weiß nicht, warum ich das rote hatte. Okay, schreibt euch meine Nummer auf, wenn ihr ein Auto bracht. Ja komm, nur weil du Lust bist. Aber schreibt mir euren Namen. 896 Warte, warte, warte. Wo, wo, warte. Liebe Dame mit dem roten Oberteil. Warte, 896 905. Habt ihr? 896 905. Schreibt mir die Nachricht mit euren Namen. Ja, hab ich. Du hast meine Nummer schon. Wie heißt du? Luna. Oh mein Gott, du bist mal wieder von den Toten auferstanden, oder? Ja, ich bin mal wieder von den Toten auferstanden. Das will ich sehr gerne. Ja, ich hab gerade gesehen. Kevin Casanova. Ja, genau. Hab ich gelesen und akzeptiert und dann meine... Du musst mir noch eine Nachricht mit euren Namen schreiben. Ja, hab ich gemacht. Bitteschön. Ja, also, ich bin tatsächlich auf der Suche nach einem Auto, aber ich hab kein Geld. Nach deinem Auto? Ja, ja. Wie viel Geld hast du? Gar kein. Du kannst auch anders bezahlen. Also, du kannst bei... Ehrlich, wie denn? Ja. Ich hab Arbeit für dich. Was denn für Arbeit? Aber es ist halt Beugen. Beugen? Nee. Sie heißt auch Xenia? Danke. Warte, du heißt Xenia? Ja, wieso? Ist doch scheißegal so. Hä? Ja. Es gibt hier noch eine zweite Xenia im Start. Ja, genau. Xenia Wolf. Ja, genau. Ja, genau. Das finde ich halt einfach schade, weil ich bin hier ein großer Zuschauer. Frag mal. Aber ich guck ihn seit fast live und auch mal... Was, äh, was reden die da? Was hast du laut geredet, Homie? Äh, hallo? Wer ist da? Hallo? Hallo, wie heißt du? Hallo. Body Team, du? Body Team, ja? Big Sosa mein Name. Big Sosa? Ich hab viel gutes von dir gehört. Ja, Homie. Er ist ein Bastard. Nee, ich hab gehört, der... Der schleppt viele Bitches ab. Ja, normal, normal, Bruder. Ständig, Homie. Also weißt du, welche Bitches brauchst oder so? Hast du Kohle, Homie? Dann gibst du mir ein Coaching? Ey, Homie, Kalito. Ja, Bruder. Der Tipp will uns flaxen, Homie. Big Sosa, gib mal deine Nummer. Er sagt den Mädels... Der sagt den Mädels... Sosa und ich verkaufen keine Häuser und Autos. Ja, Homie, äh... 8, 9, 6. Dann halt ihn mal weg. 9, 0, 5. Gib denen eine Kugel. 9, 0, 5. Das ist keine Waffe. Ja, genau. Schreib mir eine Nachricht mit deinem Namen. Äh, und... Ich will den Neutronen, ich will den Neutronen, Homie. Ich verkauf Coaching, weißt du? Ja, normal. Gib mir einen Black-Kranaten, einen Black-Kranaten. Okay. Gib einen Black-Kranaten deinem. Ey, du hast Kaugummi unter dem Fuß. Oder gib mir. Ne, Bro. Warte, apropos Kaugummi unterm Fuß. Warte mal kurz, Chat. Guckt euch das mal an. Bruder! Wie kommt ein Kaugummi an meinen Schuh? Wie, wie, Bruder? Wie, 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 wie? Wie kommt ein Kaugummi... An meinen Schuh? Sag mal bitte, Chat. Sag mal bitte, Chat. Wie kommt ein Kaugummi... Bruder! Bruder! Wie kommt so ein Kaugummi an mein Fluss? Wie geht das, Digger? Ey! Ich hab voll Angst, dass... Ich weiß gar nicht, wie ich das... Ihhh! Fuck! Und der ist auch noch grün! Und der ist auch noch grün! Puh! Puh! Oh Mann, ja! Nicht mit mir, Homie! Nicht mit mir, ich bin hier Straßenboxer, Homie! Ich bin Straßenboxer! Ich bin Straßenboxer, Homie! Ich bin... Du bist Straßenköter, bist du! Straßenköter! Du bist reich, Digger! Kalito! Ey, Bro, warum ist er da, Bro? Ja, er hat gesagt, der Straßenboxer! Da hab ich ihn zum Straßenköter gemacht! Bruder, wie lange warst du noch gestern da? Äh... Ich hab um 6 Uhr noch Nachricht von dir gelesen! Ja, so... Ja, Bruder, das ist doch gut, was geht hier ab, Bro? Wir sollen alle nicht mehr ganz... Hör mir auf, hör mir auf! Ey, oh mein Gott, was sind das für Kopfschmerzen hier? Bruder, die parken ihre Autos nicht ein und da sind gefühlt 200 Leute... Mach mal bitte auf 500 Meter diese... Nein, nein, ich muss PD wegmachen da, ich mach PD jetzt nächste Wende weg, guck mal! Boah, na, ich würd's nicht machen! Muss, muss, Bruder, zu viele Leute, zu viel Kopfschmerzen! Boah, das ist das beste PD hier, weißt du? Es gibt immer Meistern! Ich weiß aber, Bruder, wir müssen halt ein bisschen trennen! Ähm... Aber wo machst du denn sonst? Äh, PD da ist eigentlich am besten! Wer ist Putschi oder, äh... Weinwurt da oben? Aber Bruder, wir müssen auf Performance gehen! Wir haben heute fast 600 Spieler hier, deswegen... Müsste ein bisschen verteilen wieder, leider... Fuck... Ja... Gib einfach Sosa, der macht beste Stadtplanung! Puff überall! Der macht... Ich krieg das hin, ich krieg das hin! Gib mir... Ey, Kalito! Ja? Ich brauch Adminrechte! Alle MOBs sind im Ding! Bruder, du wärst die Lust daran verlieren, wenn du die bekommst! Nein! Ich schwöre, ich will... Bara, du wärst die Lust daran verlieren! Kalito, ich will nur Adminrechte, falls ich irgendwie mal wegen nem Bug... Ich lag schon... Das ist ganz normale! Ich lag gestern Abend! Äh... Jedes Mal, wenn ich aus mein Haus komme, gibt's so nem Bug, dass ich irgendwie runterfalle und dann sterbe! Das ist ganz normale Kalito! Ich hab dir gegeben! Mach mal Slash for Wife! Also, so einen Slash for Wife hätt ich auch gern! Das ist zu teuer! Gib mir auch das billige Geld! Nein! Doch mal, Digga! Sonst wollen wir wieder hier! Wir sind die Pommes Maker in Person, Hami! Und da wegle verseisen! Ich schaueh! Hääig! Ihm! He suffered guar, nichtsvi*** Mir geht's gut, und dir? Mir geht's besser. Einfach, weil ich deine Stimme gerade gehört hab. So, sorry, ich war hier kurz. Jetzt bin ich ganz bei dir. Okay, gut. Mir geht's auch gut. Also, jetzt auf jeden Fall noch besser, nachdem ich deine Stimme gehört hab. Oh, das freut mich aber. Warum ging's dir davon nicht gut? Doch, mir ging's davon auch gut, aber ich hatte ein bisschen Probleme. Ich hab einen Raub gemacht und so, wurde von dem Kopf erfolgt, dann war ich beim SG, dann hab ich vom SG... Ah, nee. Alles gut. Das weiß ich ja gar nicht mehr. Ah, okay. Klassischer Sosa also, oder? Ja, genau. Okay. Also, ähm, Pux, wollen wir später was unternehmen? Auf diese Entspannte meinst du? Ja, so auf diese Locale. Wenn du so fertig bist mit der Arbeit, weißt du, ich kann dir, ich kann dir so, so eine Massage geben, weißt du, wenn du so nach der Arbeit und so. Ah, eine Massage. Ähm, kannst du das dann? Ja, ich kann sowas. Echt? Okay. Ja, ist sogar gut. Okay, das, ähm, das werde ich dann beurteilen, okay? Okay, gut. Also, wir sehen uns später, ja? Äh, Kevin, Kevin, Kevin. Okay, und was, wenn nicht? Ja, Bro. Ich habe eine Massage später, komm mal mit. Ja. Ich habe eine Massage später mit Fox. Ehrlich? Ja, Homie. Ich will zugucken. Wie will ich zugucken? Ich will irgendwie zugucken. Hey, wer ist das? Hören wir mal zu. Oh. Noch, noch das und dann bleiben wir wieder, dann kommen wir wieder hierher. Mach mal T. Wie T? T, slash. T, slash? Playtime. Mach mal Playtime. Ich will wissen, wie viele Tage du schon hier bist. Slash T, Playtime. Also, nein, nur, also T, dass du schreiben kannst und dann slash Playtime. Alles zusammen. Äh. Vier Tage, 22 Stunden. Hä? Warum? Oh mein Gott, das ist gottlos, was ich habe. Was hast du? Ich habe 15 Tage. Wurensohn. 15 Tage. 15 Tage, jetzt schon? Der ist selber nicht mal einen Monat alt. Ich glaube, du hast am meisten, ne? Ja, ich glaube, ich glaube schon. Du bist ein richtiger Bastard, ne? Richtiger Who. Warte mal. Ey, Kalito. Ja, Bruder. Ey, Kalito. Ja. Wie kann das sein, dass er 5 Tage hat? Ich habe 15 Tage. Bruder, du machst Submarathon. Nein, ich habe auch. Aber trotzdem, Bro, hä? Wie viel hast du? Wie viel hast du? Das stimmt nicht. Er hat 5 Tage, das kann nicht sein. Da stimmt was nicht. Er schläft dir jetzt bis 5 Uhr morgens eher. Bruder, das kann nicht sein. Du bist jeden Tag 12 Stunden und 10 Mal nur die Tage. Ich gucke, ich schiele wieder hoch, ich sehe wieder sein. Bruder, das kann nicht sein. Das kann echt nicht sein. Aber doch, vielleicht... Weißt du, wie ich mich gerade fühle? Nein, Bruder, so ist das ja auch später gekommen. Kalito. Ja, ich bin viel später gekommen. Ich sage meinem Vater einmal am Tag, hallo. Ich sage ihm einfach einmal hallo. Ich gehe einfach wieder in die Küche. Er sagt, wo warst du? Er sagt, im Zimmer bin ich. Das ist schon traurig. Warte mal, weißt du überhaupt das, was du machst gerade? Der weiß gar nichts. Der weiß gar nichts. Der denkt, ich bin im Arbeitsamt angemeldet. Wer? Mein Vater. Das ist mein Vater. Ach so. Oder bis du ihm das erklärst, was ich hier mache, der hat keine Ahnung. Der beleidigt. Ja, ja, der weiß ich auch nicht. Meine Mutter damals auch. Ich war 20 Tage lang. Ich war hier in meinem Zimmer. Meine Mutter weiß jetzt langsam. 20 Tage im Zimmer eigentlich mehr. Du warst 30 sogar. Nein, ich war 20 Tage. Sie wusste nichts. Mit Zeit, das zu wiederholen, so ist er. Nee, nee, nee. Oder im Sommer. Der hat doch jetzt vor kurzem gemacht. Der hat doch, das ganze Haus gemietet. Das war stabil. Das war sehr schön. Ja, aber Haus back to the root in einem Zimmer. Hab ich mir auch mal gedacht. Hab ich mir auch wieder gedacht. Musst du wieder dieses ganz normale machen. Ohne viel Schnickschnack. Das. Aber Bruder, das macht bei dir. Da musst du auch wieder ein Zeitlimit setzen. Sonst geht das wieder, keine Ahnung, wieder. Back to the root. Er hat das sehr gut gemacht. So, das ist wichtig. Weißt du, wie geil das war? Das war mit Besuch und so. Das war schon cool. Er hat Content geliefert. Das auf jeden Fall. Ich hab doch das verfolgt. Was wollt ihr von mir? Ja, ja, du warst sogar sogar an dem Tag, als wir Ding gemacht haben. Weißt du, als wir Musik angeschaltet haben und dann richtig Ding. Äh, Laune gemacht hat man zu spenden. Nein, war die kam. Warte mal, war die kam. Er hat dann nochmal. Er hat dann nochmal. Er hat zweimal gespendet. Oder dreimal sogar. Ja, die Dicke kam, wo ihr Rap-Song gemacht habt. Schön absetzen, diese Spenden. Ja, genau. Oder wenn die Luristen das 40% in meine Tasche ging. Was? Sosa, wo sind deine ganzen Bitches? Äh, den hasst keiner. Weißt du ungefähr, Kalito, wann der Schab aufgemacht hat? Hast du ein Datum? Nicht keine zwei Monate, eineinhalb Monate. Eineinhalb. Seitdem bin ich jeden Tag hier. Also nicht einmal war ich nicht hier. Ja. Ja. Also ich sag dir ehrlich, 15 Tage ist Geistkrank. Normalerweise eigentlich gleiche Rechte wie du, Kalito. Normalerweise eigentlich gleiche Rechte wie du. Wie man diese Raketenwerfer, F-Raketenwerfer? F-8-Raketenwerfer? Neunter, Sechster. Warte mal. Derzeit ist ein Countdown aktiv. Versuche es in 5 Minuten. Ja, du Skaten. Also ich sag dir sogar genau, ich hab 15 Tage, 4 Stunden und 56 Minuten. Ich hab 14 Stunden. Wie viel hast du? Wie, du hast 40 Stunden? 14. Ich hab dir jetzt vor einer Woche eingereist. Wie 40 Stunden? Ja, passt doch. Vor zwei Tagen oder so. Ja, vor zwei Tagen. Wie hast du zwei Tage 40 Stunden schließt dich oder was? Ja, heute. Über Nacht. Bist du nie hier gewesen? Boah, ich weiß. Da gibt es krass an den Leuten. Die haben 20 Tage und so. Aber doch nicht in zwei Tagen. Warte mal, was hat Rose? Das interessiert mich. Rose hat nicht mehr als ich. Ich russige da rein. Rose, ich schick dir in die Stadtrat. Komm mal her. Boah. Kann man von Rose irgendwie gucken? Nee, sie muss selber machen. Ey, ich will Zug. Ich geh nachher mal kurz auf Hope. Ich glaub auf Hope hab ich 115 Tage. Was redest du? Ja. Bruder, was denkst du? Ich war tief drin. Du bist 20 Tage, aber du bist auch Team da, Bruder, ist normal. Wer? Schigi, Schigi. Wo ist Schigi? Ah, hat er bei dir geschrien. Ja, ja. Er ist 25 Tage hier? Ja, ja. Ja, das ist normal. Der geht angeln, der geht angeln einfach auf K und dann ist er noch im Support. Bruder, die sind alle am rumquenchen. Das Team, Bruder, Gambo war mal on. Ballasos hat wieder Quinch-RP wieder on gemacht. Ich bin Hund, gell? Ich bin Hund. Ja, ihr beide. Ich hab nichts gemacht. Ich war dog. Bruder, Gambo ist nicht mehr wichtig. Du bist nicht mehr krass, wenn du Backrollen machst. Ab sofort, ab sofort, du bist krass, wenn du einfach Bitches sagst. Dann bist du nicht mehr krass. Du bist krass, wenn du Grinch kannst. Aber besser als Gambo auf jeden Fall. Aber die Wände, die Wände kam von uns. Die Wände kam von uns. Dann lass mir sagen, was du willst. Sag mir, wer? Nein, ich bin schon, aber ich hab von Anfang an. Ich hab nur zuerst gesagt. Ja, ja. Das ist sehr, sehr schön, Bruder. Aber so ist es besser, Bruder. Keine, nicht dieses eklige, toxische... Bruder, du hast Spaß. Du gehst schlafen mit keinen Kopfschmerzen. Ja, ja. Ich bin damals mit Angst. Ich so, ey, ich steh bestimmt auf mit einem Warn. Ich steh auf mit einem Warn. Ich muss wieder in Support. Ich hab einfach acht Stunden gestreamt, davon waren vier Stunden gestöpselt. Ja, egal. So ist gut. Oder einfach zu viel. Ich sag ehrlich, du glaubst, du hast die meiste Zeit hier drüber gemacht, Kevin. Ich glaube auch. Rose hat mehr. Du sagst doch, Rose hat mehr? Nein, nein, nein. Ich denke schon. Niemals. Hat Rose früher angefangen? Rose, Rose, nein. Ich bin seit Anfang an hier. Rose, wollen wir eine Wette machen? Was? Eine kleine Sidebett, 20er Nashis. Was für eine Sidebett? Du sagst, Rose hat mehr. Ich sag, der rothaarige Typ. Ich sag auch Kevin hat mehr. Okay, dann sag ich, Rose hat mehr. Was? Ja, ey, warte, ich bin auch Wettelhatter. Ich will auch Wettelhatter. Ich sag, ich hab mehr. Ich sag Kevin hat mehr. Ich sag Kevin hat mehr. Okay, ich sag Rose hat mehr. Okay, 20, 20. Okay. Wo ist die? Wo bleibt die denn? Der ruft die Mann an. Ich rufe die Mann an. Ich sag sie. Sasa hat genauso viel. Sasa hat wie viel? Hat genauso viel wie du. Der hat aber auch schon so viele Ausreisen. Ja, ja. Der hat aber 30 Ausreisen. Ey, Rose. Nicht sagen, nicht sagen. Ja. Nicht sagen. Oder komm mal kurz zu mir, Rose. Na, warum? Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Ich schwöre ich. Ich schwöre ich. Ich schwöre ich. Nein, nein. Rose, sag mal deine Playtime. Meine was? Playtime. Flashtime? Flashplaytime. Playtime. Nicht, dass der Jumpscare kommt. Nein. Äh, sechs Tage. Bäh. Was? Junge. Warum? Sechs Tage? Was laberst du, Rose? Arre? Ich, ich schlug dich ab. Äh, ich hab fünf Tage. Best, ja, das ist auf dem Server. Jetzt reicht's. Nein. Ey, aber ich hab doch Dinge ins Marathon. Waditim, äh, Dings hast du, ne? Wette? Du hast verloren. X-Rot auf Twitch, ne? Paper lasst du. Wieso hab ich nicht gewettet, Alter? Paper lasst du meinen Bruder? Oha, sogar 50. Was? Ein Ehre, Mann. W ist in den Chat rein, Herzen rein. Die haben gewettet, die haben gewettet. 50 Giftel von Vasi. Hast du das, was ich hab? Playtime? Ja. Boah. Rose, du hast mich gefickt, ne? Warum? Was hab ich denn? Woher soll ich das wissen? Er hat doch dich gewettet, dass du mehr hast als Kevin. Ja, hab ich nicht mehr als ihn? Nein. Wie viel hat er? Warte mal, was schätzt du? Oh mein Gott. Sieben Tage? 15. Geh mal nach Hause, bitte. Ich bin zu Hause. Aber geh mal bitte raus. Geh mal bitte raus, Bruder. Nein, aber ey, guck mal zu unserer Verdeidigung. Kevin und ich machen Marathon gerade. Ja, du hast sogar noch wenig. Ich hab sogar 5 Tage. Kevin? Ja? Warte, wie heißt du auf Dings? Rufus. Rufus. Ja, das stimmt wirklich. Wallah, ich hab 5 Dings. Ich hab jetzt 5 Stunden sogar. Warte. Ich hab je... Ah, cool. Das war aber niemals mehr als John Rhys. Danke, danke euch für 50 Sub-Gifts King. Oder ich bin... 100 Sub-Gifts hat er 2x50 rausgehauen. Da wart ihr. Willkommen, chat? Nein. Ich würde sagen, 50 giftet. Dabius rein. Dabius rein. Kuss. Wie viel hat Kevin? Ach, äh, Sosa? Fünf Tage. Aber egal, der wird... Aber das kann bei Sosa nicht sein. Also bei Sosa... Warte mal. Warte mal. Warte, du hast 100 oder... Oder er ist auch später dazu gekommen. Stimmt. Wadi, du hast 50 gegiftet, ne? Wadi? Ja, 50. Ja, okay. Ich wollte grad sagen, Alter. Okay, gut. Danke dir. Ich schluss dein Herz. Ach, kein Stress. Ich such gerade... Nein. 25 Tage. Unterschrich Yusef. Bist du sicher? Ey, Rufus. Rufus. Boah, krass, krass, krass. Fabio, schau mal kurz, äh, Ding. Okay. 15 und 4 Stunden. Aber wie findest du die Pullis? Sagen wir ehrlich? Rae, bist du von Elevate? Meinst du den hier? Elevate, ja, ja. Ja, wie siehst du aus, Bruder? Ich hab vorhin Schwanzoperation gemacht. Ach so. Bei Norbert, er hat keinen Penis mehr. Sehr gut. Und Ray auch nicht mehr. Wer? Ray, irgend so ein... So ein Dings. Ein Japaner. Schick ihm mal den Clip, bitte. Ja, du musst eigentlich so einen Clip sehen. Boah, ja, das ist voll witzig. Warte. Tschüss. Ich bin gestorben, Verlachen. Hat einer einen Clip-Chat? Hey, aber bin ich jetzt einfach nur deswegen gekommen, damit ich meine Spielzeit sage? Hat einer einen Clip-Chat? Boah, das war so lustig. Ah! Ah! Oh! Ah! Ich hab's in der Hand. Ich hab's... I hab's... Hast du einen? Du... Du hast einen Spannsatz! Das sind... Das sind... Das ist ein Spannsatz! 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 Oh no! Shit! Oh! Oh! Mein Dick! Ich will kein... Ich will kein Pussy bei mir. Nein! Patient ist tot. Dieses Piepen ist doch so gut gewesen. War die ja 300 Gifte, Enkel? Boah, 48 Stunden. Der ist noch 5 Tage jetzt gleich. Hast du gesehen, Sosa? Ja, ich hab gesehen, ich hab gesehen. Ich geh mal zu ihm hin. Danke dir. Schöne Ausgaben. Habibi, jetzt 3 Monate, du weißt. Das hat meine Tante gefickt. Bruder, bei mir ist, ich hab hier 5 Freunde. 10, 30 Freunde. Warum? Alles explodiert hier. Motor läuft von diesen... Fuckin' Sleeper, man. Okay. Okay, Cam. 1000 so ausgegeben. Für Subs letztes Jahr. Das war... Du hast mehr Saved, das Doppelte. Ich hab 26.000 Subs verschickt letztes Jahr. Wieviel? Was? Ja, Bruder. Warte mal, Bruder, das sind über 100.000 Euro, oder? Ja, ja. Ja, guck mal, bei EDI die Subs. Wie viele Subs hat dein EDI? Ja, okay, bestimmt 6.000, Uwe EDI, ja, das ist krass. Halt ein kleines Streamer und so. Aber, Bruder, ich bin dir ehrlich, bevor ich das in den Finanzamt gebe, gebe ich das auch lieber den Jungs. Ja, natürlich. Hey, warte mal, könnt ihr das absetzen? Natürlich, Bro. Natürlich, Junge. Was labert ihr? Was redest du? Natürlich meinst du... We, 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 Kalito, schick mal deinen Jahresguide jetzt her. Bruder, ich hab mich hier ausgeschöpft, sein Vater schon wieder. Na, nein. Bruder, ich sag, ich frag immer, wie sieht's aus? Ich sag, ja, hau 5000 raus oder so, ne? Und dann bin ich unterwegs. Abo da, hier, Roat da, der da, der da, immer so weiter. Dafür, ich muss noch einmal Hand anlegen bei dir, Kalito. Ja, so, bei dir hab ich auch stabile Zahlen. Bei Roat? Ja, warte. Ja, du, Bruder. Eigentlich wollte ich, eigentlich wollte ich... Ich bin Top 10 bei Roat. Ich wollte bei Roat, äh, bei den Spenden Top 1 sein. Schau, ich hab gesagt, äh, äh. Also, der gespendet hat. Ich wollte dich eigentlich, eigentlich überholen, bitte, ehrlich. Ja, Bruno ist auch krass, ey. Da, 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 Ws, er hat auch, also, ähm, Wadi Tim hat bei meinem Spenden-Stream-Chat, er hat, er hat 6.000 Euro, glaub ich, rausgehauen. Überlegt mal, es ist 6.000 Euro für wohltägliche Zwecke. Das ist schon sehr krass. Okay. Äh, Ross, komm mal mit. Hm. Guck mal, ich kacke jetzt komplett rein. Hm. Weißt du, Ross, ich vermisse dich und so. Hm. Dann nicht. Ich muss mal gleich mit dir reden, ja? Ja, okay, worum geht's? Ich hab' ein kleines Problem. O-okay. Ja. Okay. Was lachst du? Ist doch mir leid. Ich darf mich einmal schlagen dafür. Los, haut zu. Ah. Nochmal. Ah. Nochmal. Nochmal. Einmal noch. Ey. Was machst du gleich? Wie, was mach ich gleich? Ja, was macht ihr gleich? Wissen wir nicht, warum. Ich muss dir was sagen, aber irgendwie hab ich Angst, dass das schief geht. Erzähle, erzähle, alles gut. Und zwar... Scheiße. Erzähl, erzähl euch. Ich... hab' gerade mit jemandem gesprochen. Ja, wer? Der dich ficken will. Wer denn? Haji. Wer, Haji? Und ich hab' so getan, als ob ich auf seiner Seite bin, weil ich hab' gesagt, du hast mich getrogen. Ja. Gemacht hast, ne? Ja. Und er denkt jetzt, ich bin auf seiner Seite und, ähm, der will dich in ein Käfig stecken und... Mich auf dem Dedo sitzen lassen. Doch, genau. Und... Ja. Ich muss Charlie anrufen. Nein, 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 nein. Doch, ich hab' ihn mit Charlie zusammengefickt. Ich weiß, der hat auch gesagt, irgendwas mit Charlie, aber der will unbedingt dich ficken. Und ich... Will... Ich will so tun, als ob ich ihm helfe und dann... Dass du da hinkommst. Und ich ihn ficke. Ja. Weil... Auch wenn wir nicht mehr zusammen sind... Fick... Mach keiner dich zum Hund, ja? Ich denke dir. Aber ihr darf das nicht erfahren, dass du das... Weißt, bis zum letzten Moment. Ja, ich hab' jetzt eh eine Maske auf. Ja, wow. Man erkennt sich gar nicht mehr. Guck mal. Das ist... Ich hab' mir die Postleitzahl gespeichert. Das ist bei MG13. Weißt du, wo das ist? Nee. Bei 9342 ist das Käfig. Und... Der will... Der ist sehr, sehr sauer. Der hat gesagt, ich ficke, ficke, Sosa. Ich ficke ihn. 9342. Ja. Und... Ähm... Ja. Ah, hier. 9342. Was war das? Okay. Also... Äh... Ich weiß bescheid dann. Okay, wenn ich dich später... Ich hab' das so mit ihm abgemacht, dass, ähm... Ich ihm gesagt hab', dass wir so tun werden, als wer dich entführt. Und du dann direkt dahin kommst. 93? Ich hab' dir das gesickt. Was war das nochmal? 93? Ähm... 9342. 9342. Okay. Ich danke dir. Gerne. Okay, komm. Trotzdem ist Fox ein Hure. Äh, äh, äh. Kevin! Hallo? Kalito, wie viele Leute sind wir gerade? Was meinst du, Bruder? Wie viele Leute sind wir gerade? Warte kurz, warte. 383. Ich... Ich hab' den richtigen... Ich hab' den richtigen Kevin, warte, ich schick' dir. Warum hör' ich Kevin nicht? Ich hab' den geschickt, guck. Kein' ich. Ich hab' den richtigen Kevin. Nein, der redet noch Twitch. Der redet noch im Stream. Der zeigt grad' ein Clip von dir. Boah, diese Beschneidung... So, wo hat die... Beschneidung war zu heftig, Jett. Roten Jogger, bist du mächtig? Ich hab' den richtig kranker Cam... Ich hab' den richtig kranker Cam gesponsort, die muss ich nur noch anschließen. Die ist richtig krass. Die ist viel besser. Ich hab' den... Ich hab' den... Gabi, ihr kennen. Ich hab' den so geil, ne? Dass du das geilste krank. Wer bist du denn? Ja, ja. Eyo. Ja, ja, äh... Bist du in einer Familie oder Gang? Weil ich such' Arbeit, weißt du? Ja... Ja... Warte... Äh... Geh' zu... Wo ist unser Hut nochmal, Jungs? Kevin. Äh, oben. Oben ist gut, Bro. Oben, 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 links. So bei 7... 7... 7... 7... 0... 2... 8. 7 0 2 8 wieder hin. Okay, danke. Ich bin gestorben. Ja, ja. Ey, dieser Ray hat auch so gut mitge... Also, das ist heftig. Warte, der hat mich vorhin angerufen. Ey, ich hab... Ey, ich muss ganz kurz schlafen. Ich hab hier explodiert alles. Bei Freunde einfach. Konnichiwa Susse. Äh... Konnichiwa, was geht ab? Äh... Ich wollt mal fragen... Was magst du später? Äh... Weiß ich noch nicht. Warum? Geht's dir gut, Homie? Mit deinem Penis? Ja... Äh... Es... Es habt ihr versehen? Ja? Aber... Nur weil ich mag... Morgen eine... Eine zweite OP. Achso, machst du morgen... In Japan. In Japan? Was machst du denn? Äh... Ich mag mir... Roboter dick. Wie groß wird der? Ähm... Ist halt... 5 cm. Aber... Nein... Weil... Wenn ich mag Roboter dick... Das ist mit... Äh... Ist viel Technik drin. Und ist mit... Kamer und Command. Also... Ich kann einfach absplissen, wenn ich will. Homie, mach... Ich sag dir ehrlich... Mach so 18 cm. 18? Ja, Homie. Hm... Aber ist wenig so BBC. Hm... Ist doch kein BBC. Ähm... RBC. Asian... Big Cock. Nein, Mann. Roboter Black Cock. Ne... Roboter Big Cock. Ok, ich mach so. Ja. Ich mach so. Aber... Ich hab mal eine Flagge. Wegen deinem Haus, ne? Ja. Wir wollten eine Hausparty da machen. Mit... Äh... Partys. Ist eine... Ist eine Sänger. Und... Wir haben noch ein paar Flauen. Ja... Und... Noch ein paar Leute. Ja, kein Problem. Kannst du machen, Homie. Machst du mit deinem Haus auf? Ja, mach ich auf, Homie. Oh, ich küss deinen Kopf. Ok. Wir sehen uns. Ok, wir sehen uns. Sosa. Er hat gerade gesagt, er macht sich morgen Dings. Operation in Japan. Er macht sich ABC. Roboter Big Cock. Er macht sich ein Roboterin. Mit technischer Funktion, weißt du? Mhm. Sosa, du hast eine wunderschöne Frisur, hm? Aber wo sind deine Haare hin? Ja, Homie. Lass sie mal los. Warum? Ich werd gesucht von, äh, Dings. Ich hab den, ähm... Der hat der... Der hat seine Woche hier, der hat alles wieder auseinandergenommen. Warte mal, wie heißt der nochmal? Dieser von Omerta. Dieser Oji. Haji. Oh. Um Scheiße zu bauen. Ja, dann wird wieder rein gecringed. Ja, das bestimmt. Äh, Ray macht eine Hausparty bei uns zu Hause. Ist das okay? Äh, wo... Sind wir... Die Wohlfahrt geworden, oder was? Ja, unser Zuhause ist neues Wiffelpark geworden. Weißt du, gestern... Äh, gerade... Ich war dort. Ich war kurz, ähm... Beschäftigt. Ich gucke... Fünfzehn Frauen und... Sechs Männer sind da einfach... Wuuuuh. Wuuuuh. Was redest du? Ich war da hin. Ja. Vorhin, der... Wie vorhin? Ja, vor zwei, drei Stunden. Warum rufst du mich nicht an? Da hast du gerade, ähm, Ray beschnitten. Ach so. Da hast du gerade Ray beschnitten. Was machen wir denn gleich jetzt im Tazzi? Ich warte erstmal, bis Dings wach ist. Wer bin? Bis... Bis Charlie wach ist. Aha. Und, äh, weil... Er will ne Runde zwei, hat der mir gestern gesagt. Und ich wollte ihn gestern schon packen. Diesen Haji wieder. Oh. Und wieder auf ne Flasche sitzen lassen, weißt du? Ja, aber... Naja. Ey. Sosa, wann gibts Familie Action wieder bis hin? Nein, nein. Na bleib du mal Zivi, Bruder. Das ist wichtig. Oh. Wenn ich Familie geh, dann wird wieder Toxic. Ja, ja. Lass mal. Also deswegen. Der ist ja Zivi-Staat hier. Sosa, Sosa soll mal Kali-Karte übernehmen. Nee, das soll... Nee, nee, Bruder. Da kennt man drei Namen, der Rest sagt nichts. Sosa ist so Kali-Feind, so. Ach, Bruder. Beste Freunde sind die. Ja, nein. Das ist Hassliebe, weißt du was ich meine? Ja, ja, normal. Okay, fertig, kurz. Kami's a Broke, gehts jetzt? Ich glaub schon, oder? Wir haben fast die 6,5k, ne? Das ist auch crazy. Warte mal, ich rufe mal, lass ich sie lernen. So eine Stunde. Ah, Cecilia! Hola. Äh, kannst du dich auf mein Gesicht setzen? No, ich glaube nicht. W-Warum? Ich habe viel darüber nachgedacht und... Sehr viel im Detail darüber nachgedacht. Sehr ehrlich, sehr ehrlich. Hast du deine Tage? Guck mal, und das hast du gestern auch gesagt, einen Tag davor auch gesagt, und dann davor hast du es auch gesagt, und jedes Mal danach bist du zu mir gekommen. Ja, also siehst du ja, mein Struggle mit der Situation, aber... Es ist schwer für mich, ich bin mir sicher, du kannst das verstehen. Scheiße. Also nicht auf mein Gesicht sitzen? Nein, so ist ja. Okay. Ja, äh, ich melde mich später, ja? Okay, adios. Hey, seht ihr mich? Adios. Hey, ich habe ein Date, Kevin, ich habe ein Date. Siehst du mich? Mit wem hast du ein Date? Ja. Trag mich mal, bitte. Irgendeine. Warte. Ich se... Hä? Ich bin ein Einfaches. Mit wem hast du ein Date? Ja. Mit irgendeiner, ich weiß gar nicht. Keine Ahnung. Ey, du bist so ein Bastard, ne? Ich sag mir alles und du sagst mir nicht mal, mit wem du ein Date hast. Hallo. Hab ich doch gesagt. Äh, mit Xenia. Ach so. Ja. Wirklich sogar. Wir hatten mich heute... Die war auch auf der Party vorhin. Wie? Hat sie mal gehabt? Die sagst du... Aber jetzt. Ich hab gesagt, Xenia? Ne, ne. Die war mit Peppy dort. Und danach... Ich so, wer bist'n du? Die so, Xenia. Ich so, ah. Weil ich hab mich erinnert, dass du gesagt hast, du hast was mit ihr. Und die meinte, ja, ich weiß, was in der Stadt rum erzählt wird. Ich so, was denn? Ja, dass ich was mit Soße hatte. Und dann hab ich gesagt, äh... Die so, ja, aber ich hab extra meine Haare geändert, damit er mich nicht mehr erkennen kann. Weh. Oh! Nein! Oh mein Gott! Oh mein Gott. Mein Handy. Es tut mir so leid. 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 Was gut geht. Einen Satz mit dem Schwarm. Warum liegt er schon wieder hinter der Bank? Der ist... Der ist... Deswegen brauch ich die Admin-Rechner. Weißt du, wie ich mein? Ja, Bruder. Ja, Bruder. Mach mir mal einmal ein neuer Werder. Wie? Was würdest du dir machen? Sie sehen einfach aus wie Dieter Bohr. Mach mir einmal ein neuer Werder. Ich weiß nicht, was bei mir grad los ist, ne? Wie ist mit Senja los? Ja? Warte mal, Senja war Crush Nummer 17, oder? 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 Ich glaub, Senja war 17. Oder? 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 Ähh... Lovely. Ja... Ja? Ähm... Ich hab jetzt Zeit, wo bist du mit Senja? actually, ja Xenja sim. Wir wollten zu deinem Haus fahren, wenn es ok ist. Achso, ihr wollt hier ne Party machen, ne? ich weiß nicht, was die vorhaben. Ne Orgy oder so. Keine Ahnung. Ja, ok. Sag mir bescheid, wenn ihr da seid. Ich komm dazu, ja? Ich glaube, wir sind jetzt direkt da. Kommst du auch mit Kevin oder mit... Ja, bring, äh, Dings mit. Ähm, was? XXS-Kondom. Okay, XXS-Kondom. Ja, für Kevin. Okay, gib ihm die dann gleich, ja? Mach ich, okay? Okay. Okay, bis gleich. Wir sind schon jetzt, denke ich, da. Okay. Einfach an eine Hausparty bei mir. Ey, Kevin. Kevin. Ja, Bro? Bei mir zu Hause ist... Warte, lass erst mal Waffen holen. Hausparty? Hol dir mal Waffen raus, komm her. Was für... Ist Hausparty, was ist denn? Yeah, bei mir zu Hause ist irgendwie eine Hausparty. Aber wir stoßen gleich erst. Ich muss dort auf jeden Fall einmal schlafen, Alter. Hast du Waffe? Ja, ja, ich hab... Ey, warte. Ich hab dir nichts gegeben, gell? Keine Westen, keine Verbandsgasse. Ey, lass mal zuhut, oder? Ja, ja. Steck ein. Was ein Auto, Digga. Digga, Chat, kennt ihr noch den hier? Oh mein Gott, warum muss ich gerade... Okay, One... Brecht die Herzen, Digga. Solche Banger gibt es hier, ne? Boah. Ah, der größte Banger ist auch immer noch... Boah, ist das ein Banger. Ja, jetzt, perfekt. Let's go. Oh mein, ich hab mir gerade deutsche, alte, deutsche Banger angehört. Kennst du von K1? Mann, ich brech die Herzen aller Mädchen. Soll ich runterladen? Was? Soll ich runterladen? Ja, mach mal. Ich brech die Herzen aller Mädchen. Oh, ich hab's dir doch gesagt. Irgendwann kommt der Tag. Okay, wir brauchen Sachen, Romy. Okay. Äh, pack mal hier deinen kleinen Van aus. Soll ich dich rein? Kenn ich nicht. Wieso? Ah, stimmt. Warte mal, hier komm, pass auf, es ist rein. Komm einfach, Mule. Warte, ich komm mit Mule. Warte mal. Was gibt's noch so für alte Banger, Chat? Wenn wir jetzt richtig alte Banger gehen. Boah, kennt ihr? Ecofresh. Ecofresh. Es gibt nur ein Ecofresh, warte mal. Ecofresh, es gab so ein. Warte, Hamadziah. Oh. Boah. 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 Die Mumgero Gero Gero Ein Anonymer mit 5 giftet. 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 Was ist das? Ein Anonymer mit 5 giftet. 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 ist die pd und durch 50 von 70 gelegt oder so war das schießereik okay kevin wir können los okay guck mal guck mal lass mich da absolut raus lass mich absolut raus lass mich absolut und geschäfte macht nur noch lakika und teile hundertprozentig wir machen das schon glaubt mir oder guck dir unsere hero route an was da gerade abgeht wir werden reich ich sag dir wie es ist und ich ende ich ende die hut ein bisschen noch mal um ja also ich lass hier alles aber wir kommen noch zwei drei sachen haben und kevin noch ein dädo mit dein tante die fenster schuss ja das eigentlich das wichtigste das ist sehr sehr wichtig das ist sehr wichtig ich kümmere mich drum also von raus also ich sag das wichtigste ist jetzt eigentlich fenster ja ja okay mach ich und macht euch gedanken ob wir ob wir mit fallschirm oder mit dem morgen staatsbank wie heißt das flüchte ja da kann ich ja ich kann fallschirm er kann ich bestimmt klären ja du machst mit einfach ja okay stehen ziemlich grün okay ich komme später ja ist lakika hier ach alter ich habe eisglück weil ich gerade die zeit genieße und die jungs rocken das ding gerade so fühle mich dann so schlecht wenn ich die ganze zeit nicht so darin fühle ich an wirst du das ist so ding weil es ein bisschen locker so 16 leute und der rest ist immer so hin und her gekostet locker so so 15 leute die schon seit ein jahr so dabei sind weißt du nein chat ich gehe in keine familie cvp ist gut ich will nicht jetzt in irgendetwas wenn ich mal ich kann mich mal grün ankleiden und mit mob action machen und so aber ich will jetzt nicht unbedingt mich festigen in der familie oder so oder wenn ich auf eine schießerei gehe ist sowie oder es aber ich kann ab und zu mal mitkommen so sowieso mich grün ankleiden wenn die schießerei ist oder das ist einfach nur eine streak mehr für die weißt du ich werde sowieso kein natürlich 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 das safe okay kam wie geschlossen hallo was ist ist drin kommt rein spaziert wie salami party denn die salami party was geht absoßen hallo statt hier kommen bitches alles ja bin ja so draußen ich dachte das wird vierer ich habe eben gerade von zehn jahren stock aus dem arsch gezogen zehn jahre sind neue haare ja wie ich neue haare warum das ist ein bisschen älter geworden nein nein sieht stabil aus aber und was machen wir jetzt die ihr wolltet auch meine hause haben was mit ray ja du hast noch ein vierer drehen heute ja ja